Da sie ihn aber gekräutiget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen mal da und wüteten sein, und oben zu seinem Haupt erhefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwene Männer mit ihm gekräutiget, einer zur Rechten und einer zur Linken.